hast du ein lkw führerschein gemacht was bist du jetzt du bist ich habe gerade gedacht vom 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 von der hose her du bist müllmann hilfe gut nicht so fahr mal fahr mal wer ist das denn mach doch mal ich bin zu fett ich bin zu fett geht nicht ich verälder nirgendwo ich fühle dich keiner raus mann liegt einfach da hinten drin meine hau was meine haube ja ich krieg das schon wieder hin ich bin mechaniker aber das war grad kannst du noch mal aufmachen ich muss die leiche noch mal sehen da hinten drin ist mein wagen beeinflusst ein wagen da fährt ich doch nicht auf einmal an der russen ist am autos fährt nicht richtig fahr mal los ey ich bin immer wieder hinten gesetzt hui jetzt ist f3 f3 okay ja und ruht drauf das erste finde ich gut geh ein bissl ab nur so lange dass ich wieder hinten fahre fahr mal los wie ich bin ja man geht das ist doch schon wieder Jetzt musst du nur nach Musik laufen, weißt du? Ich brach Goa-Musik an oder irgendwie so. Oh yeah. Oh scheiße. Oh scheiße. Oh scheiße. Oh scheiße. Komm hoch Schatz. Ich muss das kaufen, ich muss Geld wagen. Glaubst du es? Hat nicht so gut wie Jaha. Glaubst du es? Oh scheiße. Warte. Am besten gehen, ich könnte etwas machen. Süß und geiler. Oh scheiße. die Kabel was ist denn das finde ich wie heißt es denn was du gerade gemacht hast ich will das auch auch aber auch das nur ein zweisitzern das ist schön aber wo ist das ordentlich wenn man das mehrmals macht hinten wenn man es bitte gut Geldschuldes klatschen wo ist denn das hier ja wo denn wo denn wo denn rück doch mal ab ganz unten bei 98 hallo wo geht's doch runter E2 ich kann's dir vorbeide meine Klauschen dass sie mir runter geht 15 für A4 guck mal ich prall die Beine ja zuhaben he gar wo sehen was steht Ich bin jetzt... Das ist Party, Tanzen! LeBDANCE! Auf der Stange! Ja, guck mal. Ich schaue mal, wie er belegt... Die eine ist nach dem Diener... ... und hat die Beine vor dem Auto... ... und macht die Beine breit... ... und hier ist das Wasser... Und ich besuchte Arbeit und habe meine Dage verkauft... Was mach ich denn da? Hä? Oh Scheiße! Warte mal! Hey! 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 Mareike, unser Einsatz! Los! Was für Einsatz? Let's dance! Los! Oh ja! Der zieht mit der Waffe! Hier mein junger Herr, hier haben wir zwei billige für 10 Euro pro Stunde. Welche möchte sie haben? Links oder rechts? Ich kann nicht mehr... Oh, schön! Oh, hier! Oh, jetzt! Oh, jetzt! Haben Sie wahrscheinlich eine Pistole bei sich? Und dann zieht man mal ein bisschen mal... Oh, guck mal, guck mal! Oh, gibts! Oh, nee ey! Oh Mann! Das passt sogar mit dem Ding da voll ey! Kann man auch treten? Nein! Entschuldigung! Wollte ich nicht! Wollte ich nicht! Wollte ich nicht! Wollte ich nicht! Top-Emotion! Oh! Brauchst du Blumen? Oh! Brauchst du Blumen? Oh! Hast du Drohnen genommen? Hast du Drohnen? Hast du Drohnen? Eure Berufe mal ausüben! Verdient mal Geld! Verdient mal Geld! Eures Champagner! Geht einfach irgendwo in der Diskothek oder so! Da sieht euch keiner mal auf eurem rechten Tanz! Was? Ey, guck mal, guck mal! Warte, ich bin da! Oh! Was? Was? Was ist das? Bei unserer Mechanical ist ja kein Verlass gerade! Oh! Das... Ja, ich komm doch schon! Meine Güte! Das brauchst du auch nicht mehr! Du kommst weiter... Javi! Mary! Guck mal! Du sch... Du schenkst... Du schenkst gerade! Das... Das sieht... Das sieht aus! Alter! Ich bin, ähm... Hier unten bei... 10, 0, 32! Alter! Ich mein' jetzt gerade am Kiffen! Ich bin da, wo wir den Öcker gewohlt haben für die Nuggets! Tier! Was ist Tier? Tier? Oh! Ich freu' mich! Ich... Chillen! Und Donut essen! Ego Bar! Ja! Ja!